Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowlands. Heute mal im Rage Schloss Natria unterwegs, auf dem Schwierigkeitsgrad, mythisch, beim Jäger Altimor, zweiter Boss. Und ich erzähle euch jetzt ein bisschen, wie der funktioniert und auf was ihr achten solltet als Firemage. Zu Beginn des Kampfes einfach mal Jäger Altimor reinkommen, bastet, denn diese zwei Leute teilen sich eh den Schaden auf. Also ist es egal, auf was er geht. Ist natürlich ein Träumchen für Dot-Klassen, Gebrechen, Hexenmeister, Eulen, unheilig Todesritter. Schattenpriester sind hier alle bevorteilt, jetzt kommt schon der nächste Zauber, grausamer Sprung. Und das müsst ihr einfach soaken, wenn ihr Nachkämpfer seid, es reicht, wenn die Nachkämpfer das soaken, es macht nicht so viel Schaden. Aber ihr müsst es auf jeden Fall gemeinsam abfangen und rennt nicht irgendwie nach Afrika damit oder so. Nächster Zauber nennt sich Sündensucher, das ist quasi neu im Mythisch, denn dort müssen sich drei Leute dazwischen stellen. Also zwischen dem Boss und derjenige, der es abbekommen hat. Deswegen sollte auch der Boy, der es abkriegt, diesen Sündensucher, so weit wie möglich nach hinten raus. Und natürlich alle nebeneinander am besten stellen und nicht ineinander, denn sonst ist es auch einfach vorbei, ihr seid einfach tot. Deswegen am besten hinten drei Marks aufstellen, dass man das vernünftig sieht, wo man hin muss und dann ist es gut. Ja, ansonsten passiert ja nicht viel, ab und zu macht der Jäger nochmal so einen Streuschuss, ist so eine Salve. Im Idealfall verteilt sich der Raid ein bisschen besser, als wie es hier ausschaut, denn dann vermeidet ihr auf jeden Fall ein bisschen Schaden. So, grausamer Sprung, hier geht wieder ins Milikamp rein, wie gesagt, das muss man einfach zusammen abfangen, sonst stirbt man, wenn man das Solo abfängt. Und dann kommt jetzt auch schon der zweite Hund raus, der nennt sich Bargast, ist immer in der Bar zu Gast, weil er säuft halt eben mal gerne ein. Und dieser Hund ist quasi auch schon der Schwierigste, wer hat es gedacht, der Säufer ist mal wieder Hardcore. Denn, ähm, ja, er macht so zwei Schemen, Schemen von Bargast nennen die sich, da kommen sie jetzt links im Bild. Und die muss man CC'n, also Eiskältefalle direkt drauf, zwei Handdaumen am Raid, perfekt gemacht. Eiskältefalle ist instant, Verwandlung ist nicht instant, geht aber auch vom Mage, also schieben, blenden geht, einkerkern geht, Paralyse geht. Es gibt viele Möglichkeiten, aber Hunter ist dann, denke ich, die beste. Sündensucher ist übrigens auch jetzt hier neu eine andere Fähigkeit, ihr müsst so weit wie möglich nach hinten raus. Denn, wenn man diese Seelen, diese Sündensucher soakt in Phase 2, wenn der Bargast da ist, dann erscheinen hier Seelen. Und diese Seelen müssen hochgeheelt werden. Und der Grund, warum wir so weit wie möglich nach hinten rausgehen, ist folgender. Denn, dann brauchen diese Seelen einen längeren Weg zum Jäger. Ja, denn, ja, ist ja logisch, ne, umso weiter die Seelen weg sind, desto länger brauchen die Seelen, um den Jäger zu erreichen. Und diese Seelen müssen einfach hochgeheilt werden von euren Heilern. Und dann haben halt die Heiler auch mehr Zeit, umso länger die halt zum Jäger laufen ist, denke ich, logisch. Jetzt wurden auch schon die Schemen hier reingegrippt. Ähm, ja, die muss man jetzt auch töten. Allerdings kommen jetzt hier schon die nächsten Schemen rein. Und hier ist ein bisschen was schiefgegangen. Ich schiebe jetzt den da hinten. Leider schiebt der andere Mage auch den da hinten. Jetzt hier reingeblendet, schnell, Drachenodam rein. Letzte Sekunde, schreckliches Brüllen, Unterbrochen von diesen Schemen. Jetzt hier Sündensucher auf mich. Was haben wir gelernt? So weit wie möglich nach hinten raus können. Noch ein Stück weiter rennen. Aber so weit muss man auch nicht rennen. Und hier seht ihr, vier Seelen kommen raus. Und die wollen den Boss erreichen. Und jetzt haben die Heiler quasi eine tickende Zeitbombe. Denn sie müssen diese Seelen hochheilen, bevor sie den Boss erreichen. Wenn diese Seelen dann nochmal den Boss erreichen sollten, dann bekommt der Jäger einen dauerhaften Damage Buff. 20% oder so pro Seele. Und dann tut natürlich auch der Streuschuss mehr weh. Und das ist im Zweifel auch wieder ein Vibegrund. Deswegen unbedingt die Seelen hochheilen. Und bloß nicht irgendwie Melee Camp oder so ablegen. Sondern immer schön hinten raus. Und auch die Leute, die soaken, auch immer schön weit hinten. So, jetzt die letzten Schemen werden auch reingegrippt. Übrigens, umso länger diese Schemen im CC bleiben, desto höher steckt ein Debuff auf die. Denn, ja, umso länger die im CC sind, desto mehr Schaden erleiden die dann. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell die gestorben sind. Und ihr habt auch gesehen, was für Zahlen ich da gedrückt habe. 50.000, also 70.000. Und die fallen dann super schnell. Aber wie gesagt, die muss man weiterhin da CC'n. Sonst könnt ihr daran sterben, wenn so ein schreckliches Brüllen mal durchgeht. Oder ihr sterbt eigentlich ziemlich sicher daran, sobald mal ein Cast durchgeht. Deswegen auf jeden Fall unbedingt dann CC'n, wenn er die reingrippt mit einem D-Case. Ähm, ja, was gibt's da so schönes? Nierenhieb, Tragenodem, Chaos Nova, Teufelseruption. Da gibt's viele Möglichkeiten, die zu CC'n. Hammer der Gerechtigkeit. Und ja, der letzte Hund ist auch schon aktiv. Hab's vielleicht schon gesehen. Sündensucher soaken wir nicht mehr. Wir lassen einfach die Leute sterben, die es bekommen. Und wenn man halt eine Immunity hat, also Eisblock des Persians oder die Schildkröte vom Hunter da, dann kann man das natürlich einfach ziehen. Dann haben die Leute Glück gehabt. Die, die keine Immunity haben, haben Pech gehabt. Und sterben wahrscheinlich einfach weg. Man könne es auch einfach soaken, haben wir aber hier nicht gemacht. Hat so der Raidleiter entschieden. Und dementsprechend machen wir das auch so. Ansonsten kommen hier immer mal so Flächenversteinerndes Heulen, nennt sich das. Das geht auf den Spielercharakter. Die müssen auch links oder rechts raus bloß nicht im Raid ablegen. Diese Erdpfütze nenne ich's mal. Und dann hat sich auch diese Geschichte, und das war eigentlich auch schon der Boss, eigentlich recht simpel. Wie gesagt, der Bargast ist der schwierigste Hund. Da weibt man am meisten. Und danach ist es eigentlich recht easy. So, Sündensucher gehen nochmal sterben. Na, haben wir ja gesagt. Kann man auch soaken, aber wenn man das jetzt hier soaken würde in dieser Phase, hat man so einen roten Kreis drumherum. Und da haben wir uns einfach dagegen entschieden. Ansonsten hab ich auch noch ein bisschen rumgefällt mit der Combustion. Du willst eigentlich am Ende Combustion, wenn dein letzter Hund gestorben ist. Denn dann erleidet der Boss 100% mehr Schaden. Und da ist natürlich die Combustion wie gemacht dafür. Ansonsten fünfter Platz im DPS-Meter. Schauen wir mal rein in den Loot. Was gibt's Schönes? 35 Anima. Danke dafür, Blizzard. Ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.